Schwarz-Weiß, Kapitel 31, Die Dursleys, Teil 1 Verschlafen blickte Harry zu seinem Ehemann auf. Er konnte es immer noch nicht glauben. Diese Wahnsinnigen wollten ihn als Brotmaschine benutzen und, was dem Katzenjungen erst jetzt bewusst wurde, nicht nur ihn. Diese Bruderschaft wollte auch aus seinem Seth einen Zuchtbullen machen. Ohne dass er es richtig merkte, weihte seine Magie um ihn auf. Severus bemerkte den akuten Stimmungswechsel seines Partners. Ganz ruhig, es ist alles in Ordnung. Niemand wird dir etwas tun. Diese Mistkerle, was bilden die sich eigentlich ein? Wie können die es wagen, dich dazu auffordern zu wollen, ihre Frauen zu schwängern? Und dann behaupten diese Idioten auch noch, es wäre eine Ehre. Severus konnte nur erstaunt die Augen heben. Da wurde der Junge mit den unmöglichsten Briefen und Beleidigungen bombardiert und er machte sich nur Sorgen um seinen Partner. Sein Kleiner stammte wirklich von Engeln ab. Ich werde mich um diesen unmöglichen Bund kümmern, keine Angst. Und Winky hat eine Kindersicherung um unsere Post gelegt. Du bekommst also keine solcher Briefe mehr. Nun richtete sich Harry auf und sah seinen Mann erstaunt an. Sie haben dir von der Kindersicherung erzählt? Du weißt, dass diese Geste bedeutet, dass dir die Elfen vollkommen vertrauen? Nein, das wusste der Tränkemeister allerdings nicht. Er sah etwas verdattert zu den kleinen Hausgeistern. Dobby grinste nur von einem Ohr zum anderen. Dass Harry dich geheiratet hat, ist für uns Grund genug, dir unser Vertrauen zu schenken. Der Katzenjunge sprang von Sofa zu den Elfen, die er beide stürmisch umarmte. Danke, ihr beiden, ihr seid die Besten. Und Winky, vielen Dank für die Kindersicherung. Ich weiß, was das heißt. Die Elfen kuschelten sich zufrieden an ihren Freund. Ihre Welt war im Moment fast völlig in Ordnung. Wie gesagt, fast. Immer noch den Grünäugigen halten, wandte sich Winky an den Lehrer. Wie willst du es diesen Mistkern heimzahlen? Immerhin sind einige dieser Briefe gegen alle guten Sitten und manche auch gegen das Gesetz. Oh, da habe ich schon einige Ideen und ich bin mir sicher, mir wird im Hauptquartier noch mehr einfallen. Mir wäre es lieber, man würde diesen verfluchten Verein schließen. Stell dir mal vor, was passieren würde, wenn dieses Ritual in die falschen Hände kommt. Und ich bin mir sicher, dass einige der Ehepartner nicht ganz so begeistert von diesem Zuchtbetrieb sind. Servus strich seine Mann das aufgeplusterte Haarglatt. Ich würde sagen, das Ritual ist bereits in falschen Händen und ich habe auch nicht vor, diesen miesen Abschaum weiterhin solche Macht zu überlassen. Mit diesem Brief haben sie sich selbst ein tiefes Grab geschaufelt. Wir können diesen Verein also rechtlich belangen und genau das habe ich vor. Außerdem noch einige Flüche, aber das wollte er seinem Kleinen nicht sagen, sonst hätte der am Ende noch Mitleid. Gut, aber du hast davor was von Hauptquartier gesagt. Es ist wohl langsam Zeit, dass wir uns da blicken lassen, oder? Der Tränkemeister nickte nur. Dann nahm er Harrys Haarspange und band seinem Gefährten den störrischen Mob zusammen. Dobby, Winky, werdet ihr so lieb und würdet mir beim Packen helfen? Beide Elfen strahlten und schlackerten aufgeregt mit den Ohren. Kurze Zeit später war alles gepackt und sowohl Harry als auch Severus waren zum Aufbruch bereit. Ich nehme mir nicht an, dass ihr beiden vorhabt, uns zu begleiten. Nein, wir bleiben hier. Außerdem muss ich mich ja um Sänger kümmern. Die anderen Elfen haben eine Kindersicherung auf den Arm gelegt, weil sie nicht wollen, dass ihre Kinder solche Worte hören. Kann ich verstehen, aber wenn es jemand schafft, ihm neue Worte beizubringen, dann du. Damit beugte sich Harry herunter und umarmte seine beiden Freunde noch einmal. Auch Severus verabschiedete sich und schon ging es mit Fawkes und Hedwig ab durch den Kamin. Auf der anderen Seite wäre Harry fast auf der Nase gelandet, wenn nicht zwei starke Arme gewesen wären, die ihn auffingen. Severus fand das Ungeschick seines Gefährten, was die Kaminreise betraf, einfach nur niedlich. Außerdem hatte er so eine Ausrede, den Kleinen in seine Arme zu nehmen, dem das erstaunlicherweise auch zu gefallen schien. Danke. Der Tag, an dem ich problemlos aus einem dieser Monster komme, ist der Tag, an dem Ron ein Bücherwurm wird. Bevor Severus noch etwas erwidern konnte, hörte er erst einmal ein Aufjapsen. »Hab ich mir auf der Reise den Kopf gestoßen? Oder siehst du auch das, was ich sehe?« Verwirrt blickte sich der Tränkemeister um, bis er bemerkte, was Harry so aus der Fassung gebracht hatte. Der sonst so triste Raum war hell und freundlich, er sah aus wie neu. Als die vier Neueinkömmlinge weitergingen, wurde das Erstaunen noch größer. Die Eingangshalle sah aus wie aus einer Zeitschrift »Schöner Wohnen«, alles hell und einladend. Die größte Überraschung war allerdings die Wand mit den abgeschlagenen Elfenköpfen. Zwar waren diese immer noch da, allerdings wirkten auch sie nun freundlicher. Harry glaubte sogar, einige der Gesichter lächelnd zu sehen. »Was ist denn hier passiert? Sogar das Porträt der alten Schreckschraube hängt nicht mehr da.« Severus hatte recht. Die Wand, an der Walburga Black normalerweise ihre Hastriaden losließ, war leer. »Sag mal, bist du sicher, dass wir im richtigen Haus gelandet sind?« »Ja, Master Snape, Sie sind hier vollkommen richtig. Ich habe mir erlaubt, vor dem Eintreffen von Master Black das Haus seinen Wünschen entsprechend neu zu gestalten.« »Creature, du siehst ja um Jahre jünger aus und, wenn ich das anmerken darf, auch glücklicher.« »Sehr freundlich von Ihnen, das zu bemerken, Mr. Harry Snape. Nachdem Master Black sich bei mir nach Anraten ihres Gatten nach seinem Bruder erkundigt hat, hatten wir ein klärendes Gespräch. Und, wie Sie sehen, hat das Wunder bewirkt. Wir haben alle unsere Streitigkeiten begraben und ich habe mich an Master Black gehängt.« Kurz stockte der Hauself, ging er doch davon aus, dass seine Gesprächspartner nicht wussten, was er meinte. Allerdings war er vollkommen verwirrt, als der junge Mr. Snape vor ihm auf die Knie erging. Harry entging die Überraschung des Elfen natürlich nicht. Er ließ sich davon aber nicht von seinem Tun unterbrechen. Er schloss die Augen und senkte langsam den Kopf. Kurz zögerte der verdatterte Elf, ehe er freudestrahlend die Geste erwiderte. Beide berührten sich leicht mit der Stirn und verharrten einen Augenblick in dieser Stellung. Severus sah dem Ganzen fasziniert zu. Zwar wusste er nun einiges über Elfen, aber was genau das nun wieder bedeutete, entzog sich seiner Kenntnis. Das ist die Art, wie Hauselfen Freundschaft schließen. Der dunkelhaarige Tränkemeister wäre vor Schreck fast aus der Haut gefahren. Er hatte gar nicht bemerkt, dass sich jemand an ihn herangeschlichen hatte. Es überraschte ihn allerdings auch nicht, als er erkannte, dass es Luna war, die ihm beinahe einen Herzinfarkt verpasst hätte. In der Zwischenzeit hatten sich Harry und Creature wieder getrennt. Sie sind ein sehr interessanter junger Mann, Mr. Snape. Mir ist noch niemand begegnet, der sich mit den Geflogenheiten von uns Elfen auskennt. Zwei sehr gute Freunde von mir sind Hauselfen. Von ihnen habe ich sehr viel über euch gelernt. Das brachte den bis jetzt immer so mürrischen Kerl zum Lächeln. Harry ging wieder zu seinem Ehemann. Hallo, Luna. Wo sind denn die anderen? Im Wohnzimmer, wo die eine Hälfte des Ordens versucht, die andere vor Dummheit abzuhalten. Severus hob die Augenbraue, was für Luna Aufforderung genug war, die Sache näher zu erklären. Die meisten sind fuchsteufelswild, nachdem sie den Artikel in der heutigen Zeitung gelesen haben. Und angeblich hat Professor Dumbledore Briefe bekommen, in denen er entweder wegen der Unfähigkeit dir gegenüber beschimpft wird, oder auch gefragt wird, warum er die Schutzzauber um das Haus seiner Verwandten nicht bricht. Es gibt anscheinend sehr viele Zauberer, die sich an den Dursleys rächen wollen. Ein Teil davon sitzt, wie gesagt, gerade im Wohnzimmer. Ach ja, und anscheinend sind auch einige Briefe an deine Hauslehrerin gegangen. Wurde Professor McGonagall etwa auch beschimpft? Harry war empört bei dieser Vorstellung. In einigen vielleicht. Aber im Großteil bitten sie die Leute anscheinend darum, zu versuchen, deine Ehe zu annullieren. Was? Warum? Haben diese Idioten immer noch nicht kapiert, dass Severus nie ein Todesser war? Und ganz abgesehen davon zugleich zwei alten und angesehenen Familien gehört? Der Grünäugige schäumte verwut. Wie konnten die es nur wagen? Der Junge merkte gar nicht, dass er bereits wieder so aussah wie in der Winkelgasse, wo er sich vor seinem Mann gestellt hatte. Severus entging das allerdings nicht. Aus irgendeinem Grund machte es ihn glücklich, dass Harry so heftig reagierte. Allerdings wollte er nicht, dass sich der Kleine so sehr aufregte, nicht nach dem, was heute schon passiert war. Also stellte er sich dicht neben seinen Partner und nahm diesen in den Arm. Sanft streichelte Harry über den Kopf und kraute dessen Ohren. Fast sofort wurde der Junge wieder ruhig und fing sogar an zu schnurren. Harry hätte beinahe mitgeschnurrt, sie freute sich für ihren kleinen Bruder, wollte ihn allerdings nicht im Ungewissen lassen. Nein, mach dir darüber keine Sorgen. Niemand denkt mehr, dass dein Mann ein böser Zauberer ist. Der Grund für den Wunsch zur Annullierung eurer Ehe ist ganz einfach. Sehr viele Zauberer hätten dich gern in ihrer Familie. Jetzt noch mehr als vor dem Brief von James. Entweder wollen sie dich selbst heiraten oder an ihre Kinder vermählen. Luna wusste zwar ganz genau, dass Harry von dieser Neuigkeit überhaupt nicht begeistert wäre, aber sie wollte ihm auch nichts vorenthalten. Immerhin ging es da um das Leben ihres Bruders und wer, wenn nicht er, hatte ein Recht darauf, über alles Bescheid zu wissen. Erstaunlicherweise war es aber nicht Harry, der einen neuen Wutanfall bekam. Severus zog seinen Gefährten näher an sich. Er würde auf keinen Fall zulassen, dass irgendjemand sich an den Jungen vergriff. Das war schon albern, als es nur um den Jungen, der lebt, ging. Aber das hier brach wirklich alle Rekorde. Oh, er würde diesen familideiten Briefschreibern auch zeigen, was er von ihnen hielt. Mach dir keine Gedanken über diese Idioten. Die sind einfach nur auf Macht aus. Außerdem hat sich bei unserer Bindung unsere Magie miteinander verbunden. Niemand kann uns trennen, es sei denn, er will nach Azkaban. Dass es auch durchaus sein konnte, dass ihre vereinte Magie einen Eindringling attackierte, ließ er allerdings aus. Harry drehte sich in der Umarmung und kuschelte sich an die breite Brust seines Mannes. Er liebte es schon jetzt, den Herzschlag von Severus zu hören. Es beruhigte ihn irgendwie. Außerdem fühlte er sich in Severus' Arm einfach nur wohl und geborgen. Gut, dann sollten wir vielleicht mal zu den anderen gehen. Ich habe die ungute Vermutung, dass Sirius einer von denen ist, die man von Dummheiten abhalten muss. Harry hatte natürlich recht. Kaum waren die drei im Wohnzimmer angekommen, hörten sie auch schon den aufgebrachten Animagus. Dieser tobte durch den Raum und warf dabei mit den farbenprächtigsten Flüchen um sich. Einige der Ausdrücke hatte der Katzenjunge noch nie gehört und er nahm sich vor, diese später nachzuschlagen. Severus hingegen musste den Drang zurückhalten, seinen Mann die spitzen Ohren zuzuhalten. Die Wortwahl des Rumtreibers spottete wirklich jeder Beschreibung. Wo hatte der Kerl nun dieses Vokabular her? Luna stand daneben und versuchte, Zwirbel davon abzuhalten, sich das Geschimpfe einzuprägen. Die blonde Ravenclaw hatte keine Lust, dass ihr kleiner Schützling die englische Sprache auf diese Art lernte. Harry beobachtete seinen Paten eine ganze Weile, wobei er immer wieder nach vorne schoss und sich dann doch wieder zurückhielt. Aber irgendwann konnte er nicht mehr anders. Mit einem Satz sprang er auf Sirius zu und warf diesen mit einem freudigen Maunzen um. »Hab ich dich!« Aufgeregt peitschte der Schweif des Jungen hin und her, während der Junge begeistert seine Beute fest am Boden hielt. In dem Raum herrschte erst einmal Stille, bis sie von dem verdatterten Bleck unterbrochen wurden. »Harry, warum wirfst du mich um? Und warum siehst du mich an, als wäre ich eine Maus?« Luna konnte sich nicht mehr zurückhalten und auch der übrige Raum brach in Gebrüll aus. Allein die Tatsache, dass da ein Kater einen Hund attackiert hatte, war schon herrlich. Und dann auch noch der Kommentar von Sirius, er komme sich vor wie eine Maus, einfach nur unbezahlbar. Harry hingegen verstand die ganze Aufregung nicht. Er hatte nur gesehen, wie sein Pate wild durch die Gegend gerannt war und hatte gehandelt. Harry hat nur seinen Katzeninstinkten nachgegeben und für eine Katze ist es nun mal unmöglich, eine so wild herumzappelnde Beute zu widerstehen. Luna wischte sich einige Lachtränen aus den Augen und musste an sich halt nicht nochmal loszuwirren, als sie den Gesichtsausdruck des Animagus sah. Dann aber erbarmte sie sich und streckte einen Zeigefinger in Harrys Richtung und wie sie erwartet hatte, sprang ihr Bruder auch darauf an. Harry wusste nicht warum, aber es war ihm einfach unmöglich, den ausgestreckten Finger zu ignorieren. Mit einem Satz war er bei seiner Schwester und stupste den Finger mit seiner Nase leicht an. Severus verfolgte das Schauspiel fasziniert und wusste genug über Katzen, um sich das Verhalten seines Partners erklären zu können. Aber es überraschte ihn dennoch, dass Harry anscheinend so viele feline Eigenschaften angenommen hatte. Langsam kam auch wieder Bewegung in die verwirrten Ordensmitglieder. Sirius rappelte sich auf. »Schön, dass ihr wieder hier seid. Ich nehme an, ihr habt die Zeitung gelesen.« Sofort verflüchtigte sich Harrys gute Laune wieder und erblickte schon fast flehendlich zu seinem Gatten. Der legte ihm beruhigend einen Arm um die Taille, auch wenn er sich dafür ein wenig nach unten beugen musste. »Ja, wir haben sie gelesen. Und zusätzlich haben wir noch eine Menge Post erhalten, für deren Erhalt ich mich bei den Absendern noch gebührend bedanken werde.« Knurrte der Tränkemeister. Er war bereits wieder auf 180, wenn er nur daran dachte. Alle sahen den Kerkermeister fragend an. Remus allerdings interessiert etwas ganz anderes. »Sag mal, seid ihr in einen Hallbrunnen gefallen? Oder was ist in den letzten Stunden passiert?« Harrys Narbe ist komplett aus seinem Gesicht verschwunden und auch du, Sirius, bist um einige Blassuren ärmer. Erst jetzt fiel auch den anderen Anwesenden die Veränderung der beiden auf, wobei sowohl Hermine als auch Ginny beinahe zu sabbern begannen, als sie die Statue ihres Lehrers sahen. »Oh, Merlin, und dieser Körper? Hatte er immer unter den Roben versteckt? Sowas sollte verboten werden.« Harry amüsierte sich, als er die Gesichter der anderen sah, wobei ihm Ron fast schon leid tat. Der hatte nämlich die Reaktion von Hermine bemerkt und sie gefiel ihm ganz und gar nicht. Hermine sollte ihn so ansehen und nicht den Grummeligen und vor allem verheirateten Tränkemeister. Er war kurz davor, etwas Dummes zu tun, aber Harry verhinderte das mit seiner Antwort auf Remy's Frage. »Wir waren im Wald und haben Zutaten gesammelt, und dabei sind wir einigen Freunden begegnet, die uns ein Geschenk gemacht haben.« Mehr wollte der Katzenjunge nicht sagen. Zwar vertraute er den Anwesenden hier, aber trotzdem wollte er die Geheimnisse seiner anderen Freunde nicht einfach jedem auf die Nase binden. Luna hingegen schien genau zu wissen, um was es sich handelte, zumindest wenn man von ihrer Geste ausging. Das Mädchen richtete den Zeigefinger der rechten Hand steil an ihre Stirn auf. Danach nahm sie die gleiche Hand und streichelte mit der Rückseite ihrer geschlossenen Finger über ihre Wange. Harry nickte lediglich und Severus nahm sich zum gefühlten hundertsten Mal vor, die Gebärdensprache zu lernen. Erstmal aber hatte er andere Sorgen. Harry und ich werden unsere Sachen in unser Zimmer räumen und Flo-Tüte, ich möchte, dass du in einer halben Stunde raufkommst. Ich will, dass du mir dabei hilfst, einigen Briefeschreibern das Leben schwer zu machen. Können wir helfen? Nein, ich will mich rächen und keine Streiche spielen. Damit schnappte sich Severus seinen Ehemann und ging mit ihm aus dem Raum. Als die beiden in ihrem Zimmer waren, begann sie erstmal sich einzurichten. Severus, du hast doch hoffentlich nicht vor, etwas Ungesetzliches zu tun, oder? Du meinst, weil ich deinen Paten um Hilfe bitte? Mach dir darüber keine Gedanken. Ich habe nicht vor, diese Idioten an solchen Gefallen zu tun. Aber da ich die Streiche der Flo-Schleuder bereits am eigenen Leib zu spüren bekommen habe, weiß ich, dass er mir in diesem Fall eine große Hilfe sein wird. Hast du nicht zu den Zwillingen gesagt, du willst keine Streiche spielen? Will ich auch nicht. Ich habe auch nicht behauptet, dass die Streiche von Sirius damals harmlos waren. Und, wie gesagt, als dein Ehemann habe ich jedes Recht, dich zu schützen. Vor allem, da du ein magisches Wesen bist. Harry nickte und widmete sich wieder dem Auspacken. Er musste lachen, als er eine Schachtel aus seinem Rucksack holte. Was ist so lustig? Ach, nur dass Winky sich wieder mal zu große Sorgen um mich macht. Sie hat mir eine Schachtel mit Extra-Essen mitgegeben. Denkt sie denn, du könntest hier verhungern? Nein, aber sie hat mir auf meine Bitte hin vor den Ferien auch so eine Box zusammengestellt. Nun sah Severus sich die Sache genauer an. Es war eine ähnliche Schachtel wie die, in der Harry seine Tränke und das Buch aufbewahrt hatte. Also innen größer als außen. Severus runzelte die Stirn. Bei der Menge verstehe ich nicht, wie du trotzdem so dürr geworden bist. Das hätte doch mindestens für drei Wochen gereicht. Du erinnerst dich, was ich über die Tierquälerei von Dudley erzählt habe? Der Tränkemeister nickte. Nun ja, ich musste die verletzten Tiere doch auch füttern, und da blieb für mich eben nur das, was mir meine Verwandten gaben. Verlegen legte Harry die Schachtel weg und kümmerte sich um den Rest seiner Sachen. Severus hingegen sah bereits wieder rot. Nicht nur, dass diese unmöglichen Muggel seinen kleinen Beiner hatten verhungern lassen, dass es bei der Übermenge an Nahrung überhaupt dazu kommen konnte, bewies, wie brutal und vor allem wie viele Tiere dieser Dudley verletzt haben musste. Dem musste unbedingt ein Riegel vorgeschoben werden. Severus war nicht bereit, diese Monster noch länger ungestraft davon kommen zu lassen. Also plante er kurzerhand um. Schnell schnappte sich der Meister der Tränke ein Blatt Pergament und versah es mit einer kurzen Notiz. Dann wandte er sich an Forks. Kannst du mir einen Gefallen tun und diese Botschaft zu deinem früheren Vertrauten bringen? Der Feuervogel nickte kurz, nahm dem Menschen den Brief ab und war im nächsten Augenblick in einer Feuersäule verschwunden. Harry war nun etwas verwirrt. Immerhin war ihm die Veränderung in der Laune seines Mannes durchaus aufgefallen. Was willst du denn vom Direktor? Ich habe mich entschlossen, den guten Albus etwas genauer über die Dursleys auszufragen. Oder, um es präziser zu sagen, ich möchte wissen, welche Informationen er bei deine Verwandten eingezogen hat, bevor er dich zu ihnen gebracht hat. Und danach möchte ich mir geeignete Strafen für die drei ausdenken. Natürlich mit dir zusammen. Immerhin kennst du sie am besten und weißt, was ihnen am meisten wehtun würde. Du willst sie aber nicht ins Gefängnis bringen, oder? So gern ich es tun würde, ich bin mir im Klaren darüber, dass Smuggel, aus welchem Grund auch immer, Gewalt gegen Kinder nicht besonders hoch bestrafen. Wenn ich eine Bank überfalle, bekomme ich dort zehn Jahre Gefängnis. Bei Kindesmissbrauch sind es höchstens bis zu fünf Jahre. Und meistens werden die auch noch auf Bewährung ausgesetzt. Und nach Zaubererrecht können sie leider auch nicht verurteilt werden, da es gegen dieses blöde Geheimhaltungsgesetz verstoßen würde. Man konnte hören, wie sehr Severus diese Tatsache anbiederte. Immerhin mochte er, auch wenn er es nicht zeigte, Kinder. Außerdem würde es einem Zauberer gar nicht einfallen, Kinder, egal wie, zu verletzen. Das wäre ungefähr so, als würde es gesetzlich vorgeschrieben sein, zu atmen. Mit anderen Worten, unnötig. In diesem Moment klopfte es an der Tür und nach einer kurzen Aufforderung streckte Sirius den Kopf herein. Die 20 Minuten sind um, sollen wir anfangen? Bevor Severus noch etwas sagen konnte, kam Fogg zurück und setzte sich sofort neben Hedwig. Und, kommt er? Der Vogel nickte und beschäftigte sich dann damit, sein Gefieder zu putzen. Tut mir leid, Floh-Tüte, aber wir werden unseren Rachefeldzug auf später verschieben müssen. Im Moment möchte ich mich erst um Harrys unmögliche Verwandtschaft kümmern. Im ersten Moment wollte Sirius protestieren, aber als er hörte, um was es ging, schlich sich ein fieses Grinsen auf sein Gesicht. Warum habe ich nur das Gefühl, dass sich diese Muggel schon bald wünschen werden, dir nie begegnet zu sein? Severus erwiderte das Lachen nur kalt. Ja, ja, dieses Gesindel würde es noch bitter bereuen, so mit seinem Gefährten umgegangen zu sein. Alle drei gingen wieder nach unten, wo bereits ein etwas verwirrter Direktor auf sie wartete. Severus, du hast gesagt, es ist wichtig. Ist etwas passiert? Nein, Albus, Harry und ich möchten nur etwas mit Ihnen besprechen. Es geht um die Dursleys. Wenn das so ist, sollten wir uns wohl einen etwas ruhigeren Platz zum Reden suchen. Dabei deutete der Direktor auf die Anwesenden, die ihre Neugier nicht wirklich gut verstecken konnten. Severus nickte einfach nur, und so gingen die drei in eines der Arbeitszimmer. Nachdem sie sich gesetzt hatten, fing der Tränkemeister auch gleich an. Direktor, welche Vorkehrung haben sie getroffen, bevor sie Harry zu seinen Verwandten geschickt haben? Dumbledore seufzte schwer. Ihm war klar, dass er mit dem, was er zu sagen hatte, seinen Angestellten und langjährigen Freund ziemlich gegen sich aufbringen würde. Andererseits geschah ihm das nur recht. Etwas, das auch Nicholas sehr deutlich gemacht hatte. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass es nicht wirklich viel war. Ich habe einige Schutzzauber um das Haus und die Gegend der Dursleys gelegt. Außerdem hat sich in Harrys Nachbarschaft eine alte Freundin bereit erklärt, ein Auge auf ihn zu haben, aber das wisst ihr seit dem Dementorenangriff, ja. Ja, das ist uns bereits bewusst. Was ich wissen will, ist, was sie diesen Muggeln konkret gesagt haben. Um ehrlich zu sein, bin ich weder Petunia noch ihrem Mann je begegnet. Ich habe ihnen einen Brief mit allen notwendigen Informationen geschrieben und ihnen Harry beigelegt. Sie haben den Jungen nicht mal persönlich abgegeben? Sind sie komplett verrückt geworden? Woher wollten sie denn wissen, dass diese Monster Harry nicht einfach im nächsten Waisenhaus abgeben? Severus war außer sich verwut. Wie konnte der alte Mann nur so dumm gewesen sein? Er hatte sich nicht mal angesehen, ob diese Menschen überhaupt ein zweites Kind würden aufziehen können. Harry hingegen blieb völlig ruhig. Er wusste ja bereits, dass er mitten in der Nacht vor der Tür seiner Verwandten gelegt worden war. Das hatten sie ihm ja auch immer wieder gesagt. Wieder, seufzte der Direktor. Wie gesagt, ich habe alles im Brief erklärt. Auch, dass Harry das Leben seiner Familie schützen würde, solange Petunia bereit wäre, ihm ein Dach über den Kopf zu geben. Ihnen ist schon klar, dass sie damit Harrys Onkel praktisch einen Freibrief gegeben haben, dass es ihm erlaubt, seinen Neffen zu quälen. Immerhin war in ihrem Schreiben nur die Rede davon, dass seine Tante ihn aufnehmen musste. Um ehrlich zu sein, habe ich an diese Möglichkeit gar nicht gedacht. Ich dachte, die Dursleys würden Harry aufziehen wie ihren eigenen Jungen, da er doch zur Familie gehört. Sowohl Harry als auch Severus sparten sich jetzt jeden Kommentar. Sie zogen allerdings synchron die Augenbrauen hoch. Etwas, das auf den alten Professor doch sehr unheimlich wirkte. Er atmete noch einmal tief durch, ehe er weitersprach. Zusätzlich zu dem Brief habe ich noch einen Scheck beigelegt. Da Harry Voldemort besiegt hatte, bekam er vom Ministerium eine hohe Prämie ausgezahlt. Ich dachte, dieses Geld wäre ein zusätzlicher Anreiz und es würde alle Ausgaben, die für Harry anfallen, decken. Es war sogar genug, um ihnen allen ein wirklich angenehmes Leben zu ermöglichen. Ich dachte mir, da Mr. Dursley lediglich ein Angestellter in einer Firma war, die Bohr herstellt, käme ihnen das Geld gerade recht. Moment mal, haben Sie gerade gesagt, Onkel Vernon wäre ein normaler Angestellter? Dumbledore nickte. Er war verwirrt, als er die plötzliche Wut im Gesicht des Jungen bemerkte. Severus ging es dann nicht anders. Beide wurden im nächsten Moment aufgeklärt. Sie haben recht, Professor, meine Verwandten konnten das Geld gebrauchen, und zwar um die Fabrik, in der mein Onkel arbeitet, zu kaufen. Jetzt wird mir auch klar, von welchem Erbe meine Tante immer sprach, wenn jemand auf dem plötzlichen Aufstieg ihres Mannes ansprach. In der gesamten Gegend fragten sich immer alle, wer meinem Onkel wohl so viel Geld vererbt hatte, dass er sich davon die Firma kaufen konnte. Harry konnte vor Wut kaum noch atmen. Seine Mutter hatte sich für ihn geopfert und somit den Krieg beendet, und ihn machte man zum Helden und überhäufte ihn mit Geld. Und das nahmen dann seine Verwandten, um sich ein schönes Leben zu machen. Nicht zu vergessen, dass alle Angestellten vor Onkel Vernon Angst hatten, vor allem nach der Geschichte mit der Versetzung. Es war bekannt, dass Vernon Dursley nicht zimperlich mit Kündigungen und Gehaltskürzungen war. Das war auch der Grund, warum die Eltern ihren Kindern verboten, mit Harry zu spielen. Sie wollten nicht die Wut ihres Arbeitgebers auf sich ziehen, nur weil sie nett zu dessen Neffen waren. Severus war kurz davor, dem Direktor an die Gurgel zu springen. Es war doch klar, dass die Muggel das Geld für sich ausgeben würden und nicht für ihren ungeliebten Verwandten. Nur mit Mühe konnte er sich vor einer Dummheit bewahren. Es würde nichts bringen, jetzt seinen Vorgesetzten zu verfluchen. Der Tränkemeister nahm sich vor, seine Wut an den Dursleys auszulassen. Die hatten es im Moment eher verdient. Also warnte er sich an seinen Mann. Hast du eine Idee, wie wir es deinen Verwandten heimzahlen können? Sag mir einfach, was ihnen wichtig ist, und wir überlegen uns eine angemessene Strafe. Professor Dumbledore war klug genug, um nicht zu protestieren. Wenn er jetzt darum bat, die Dursleys davonkommen zu lassen, würde er wohl sowohl Harry als auch Severus verlieren. Von seinem Mann ganz zu schweigen. Denn auch der hatte ihm eine ziemliche Predigt gehalten. Verdient hatte er es allemal, das war dem Direktor völlig klar. Aber eine Bitte hatte er doch. Passt aber bitte auf, dass andere Muggeln nichts mitkriegen. Halten Sie mich für einen Anfänger? Ich werde sehr gut aufpassen, sodass mir auch das Ministerium nichts vorwerfen kann. Also, Harry? Der Katzenjunge war etwas überrumpelt. Es sollte wirklich möglich sein, seinen Verwandten einen Denkzettel zu verpassen und für alles, was sie ihm angetan hatten? Kurz überlegte der Junge. Er, ehe sich ein sehr sliswainhaftes Lächeln auf seine Züge legte. 1. 1. 3. 5. 6. 6. 7. 9. 10. 10. Vielen Dank.